Hallo, ich bin der Robo Kingpin Nr.1 und ich begrüße euch zu einem neuen Lost Places hier aus Berlin. Ich stehe hier, wie ihr seht, auf einer großen Bühne. Diese ist verbogen, vermüllt und alles andere. Wenn meine Kamerafrau einmal hier drehen würde, mit der Kamera sieht man natürlich auch gleich unter anderem, wie alles zu fein ist, überlegt Holzboden, Splits und Müll. Diese Halle ist unter anderem sehr, sehr favorant, sehr oft gesucht. Und wir sind hier unter anderem, auch was ich nicht ordentlich gerne sagen möchte, natürlich in Berlin, schöne Weide. Ich wünsche euch bei diesen Lost Places alles Gute. Bewertet das bitte mit Daumen hoch, wenn es euch gefallen sollte. Euer Robo Kingpin Nr.1, Shake It Out. Yeah. Das ist eine Zaubfront am besten. Das ist immer die beste Orientierung. Die Toiletten. Guck mal hin, der Foyle. Da. Naja. Der soll besser aus. Ja. Ja. Der soll besser aus. Das ist schon unsere Apfelge jetzt. Hier sind sie, siehst du. Jetzt auch unsere Apfelge hier sind. Naja, ohne Licht, das ist auch Katastrophe, muss man dazu sagen. Geil, ne? Das ist ein Mosaik. Hallo. Zeiten, Uralter Bau, alles. Gut dann. Guck mal hin, gir. Alter Zigarettenautomat, da hast du damals noch Geld reingesteckt, dann konntest du mal hier ziehen, ah guck, dann konntest du eine Zigarette rausziehen, das hat einen Tee gekostet, wenn ich mal mehr einen Preis dran, haha das ist ein Kondomautomat, das ist ein Kondomautomat, 2x1, 1 DM, 1x5 DM, guck mal eine an, das ist ein Kondomautomat, das ist ein Kondomautomat, Elektronik, ach guck mal, das ist ein Kondomautomat, das ist ein Kondomautomatomat, das ist ein Kondomautomatomat, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.